hallo meine lieben freunde herzlich willkommen zu dem siebzehnten part von new super mario brothers videox auf der nintendo switch ich hoffe glaube ich dass der siebzehnte ist beim letzten part hatten wir nur noch ärger mit diesem level theoretisch haben wir dann nur drei level beendet bei dem müssen wir noch mal rein den secret exit habe ich ja gesagt zum block haben wir da eigentlich die scheiß star coins ich habe jetzt gerade am selben tag aufgenommen wie halt der sechzehnte part und ich bin immer noch bis abgebaut der leute i speak english now my english ist gut im bist englisch in die wort nein das ist nicht das schlechteste englisch auf der ganzen weiten welt keiner ist schlechter in englisch als ich okay wir diesen schon mal checkpoint auch was gutes jetzt ist als nächstes der secret exit dran als maul du scheiß schildkröten vieh man kann doch eigentlich ja man kann auch die dinge zerstören also so mit der eisblume so weiß ich jedenfalls noch hat es mal hohen ja hinbekommt Der blaue Toad hat es einfach First Try hinbekommen Also zwar mit Bisschen Schaden, sodass die Eisdube verschwunden ist Aber Also zweimal glaube ich sogar Aber wenn Jux Er hat es einfach First Try hinbekommen Blauer Toad, du bist der Mann, der glaube ich Bowser besiegen wird So denke ich jedenfalls Okay, wir gehen gleich hier rauf Meteoriten Dusche Das ist sogar Level 4 Oh Egal, scheiß drauf Da sowieso schon mit Meteoriten zu tun hat Können wir eigentlich es auch gleich so machen Ist da oben vielleicht Ne, da kommen nur Meteoriten Da kann man auch nicht durch Okay Ähm Nein Knapp Knapp Warten wir noch Bei der richtige Moment Sehr gut Oh, Feisthörnchen Cool Sehr cool Ähm Starcoin Vielleicht ist einer dort im Beet zu sehen Sieht nicht so aus Ne Anscheinend nicht Oh, Scheiße Ich schütze mich erstmal Mich juckt es eigentlich jetzt auch gerade gar nicht, dass es hier Level 4 ist Was soll man halt machen Das ist halt so Ich glaube da oben geht es sogar Zum Starcoin Starcoin Da, ich wusste es Warten wir noch Okay Egal 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 Nein War doch nicht egal Scheiße Mach mir hier gleich weiter Wer kommt gleich so Hm, doch nicht Hm, okay Schnell weg Gut Warten Warten wir noch Okay Huh Wow Shit Shit Okay 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 Grüne Münzen Aber Das werde ich safe brauchen Kann ich mir echt vorstellen Allerdings Wo ist die Frage Wo werde ich es brauchen Kommt drauf an Wo das Starcoin ist Nein Der war nur Gerade was dem Weg Vor allem mein Akku ist bald leer Scheiße Das ist nicht gut Äh Ich hoffe zumindest Dass es noch bis zum Part aussieht Bitte Weil ich möchte jetzt nicht extra Dass ihr das Hört Das wäre jetzt halt Nicht gut Dann gäbe es halt Beschwerden Anzeige Wäre dann auch noch dabei Wegen dem Ich mache es einfach schnell wie möglich Auch den Part einfach So kurz wie möglich Und äh Hoffe dass es halt dann Besser wird Das soll halt wenigstens Schon so jetzt ein paar Minuten Aushalten Hoffe ich auch Dass es so sein wird Okay Go Und hopp Oh warten wir Dachte ich mir schon Warten wir So Schnell nach oben So dann bin ich schon mal etwas geschützt Warten wir kurz noch ab Frage ist wo müssen wir jetzt hin Links oder rechts Ich gehe links Ich gehe links Es war Es war rechts Kann ich vielleicht sterben oder so Ist das noch möglich Ja hier Mach ich einfach Es war rechts Es war rechts Leute Es war rechts Scheiße So jetzt Mal sehen Ob es es überhaupt Was wird Hoffentlich Ähm Werde ich jetzt Mit dem Akku noch zurechtkommen Ach Scheiße Daran hätte ich halt echt denken sollen Aber sonst wäre das Drauf Ich habe eigentlich sogar Mit 100% angefangen Also mit dem Akku her Als ich Part 15 Aufgenommen habe Da war ja schon 100% Okay Diesmal gehe ich rechts Warten wir noch Ich denke mir jedes Mal Das ist Bowsers Scheiße Also Bowsers die Schuld Gerade mit den Meteoriten Wow Okay War knapp So Ich habe ein schlechtes Gefühl gerade Das ist eigentlich Okay Doch nicht Level geschafft Sehr gut Ich habe mal kurz Okay Leute Ich habe jetzt nur kurz nach Akku geschaut Sorry jetzt wegen den Cut Also ich habe ja sowieso das Level geschafft Das habt ihr ja gesehen Äh 17% habe ich anscheinend Und hoffen wir mal Dass es noch klappt Das war jetzt Sechs Minuten her Ungefähr Und äh Also von insgesamt her Ohne Cutten Ähm Ich denke Werde ich schon noch hinbekommen Wenn ich jetzt Um die Also jetzt mit Also bei dieser Aufnahme 14 15 Minuten vielleicht mache Kann sein Als ob ich da irgendwie nicht raufkomme Achso Achso lol Ich habe da eine Idee Nein Als wäre es wie bei Mario Maker Als wäre es gerade wie bei Mario Maker Einfach so Unsichtbarer Block Versteckt Reise über das Nagmamee heißt es Okay Ja gut Das passt auch Ich mag die Monty Maulwürfe So gar nicht Ich hasse sie Wow Verpisst Als ob der mich getroffen hat Dieser kleine Oh lol Das ist schlimm Sonst geht es nicht mal Oh nein Okay das wird ein schweres Level Mal sehen ob es was wird Ich will diesmal in groß bleiben Ich hasse die Monty Maulwürfe Ich hasse euch Alter ich will doch rauf Mann Wird ein 1-Up Oh lol Irgendwo ist hier ja ein Starcoin Wow War knapp Mindestens weiß ich wo der Starcoin ist Schon mal ein gutes Zeichen So Probieren wir es noch einmal Ach bitte Gott Sorg dafür Dass der Akku noch stand hält Sonst bin ich echt am Arsch Nicht nur dass halt Dann der Part theoretisch weg wäre Dass ich den dann halt Entfernen müsste Und dann neu machen müsste Sondern dazu auch noch Das Level Das erste Level Ist halt das Level gerade Dass ich hasse Nicht nur der Limonaden Dschungel Das erste Sondern halt auch Von Peach aus Schön dass es hier kein Item gibt Toll Okay Okay Wenigstens Für den 1-Up Gesorgt Schauen wir mal Wie es Hier mit Münzen aussieht Wie viel ich dann hab Ein 1-Up Sehr schön Okay Jedes Mal muss das ja drüber gehen Aber was solls Nein Gott Oh nein Ihr Hurensöhne Ich hoffe das Video wird nicht Gesperrt Deswegen Ich muss ihn irgendwie da oben halten Naja die jetzt Aber da ist noch einer Ich hab keine andere Wahl Als die jetzt nach unten zu führen Komm doch her Komm doch her Oh Okay Zum Glück hab ich's doch nicht gemacht Ich wollte nach oben gehen Aber das kann ich vergessen Oh lol Okay schnell Flüchten Wieder Akku Jetzt hab ich nur noch 10% Ich glaub Der Part wird diesmal Der kürzeste sein Okay Okay Ich würde sagen Ich mach jetzt noch ein Level Es ist schon sehr merkwürdig Dass es schon echt Der kürzeste Part ist Aber ich hab keine andere Wahl Wenn das Äh Wenn mein Akku gleich leer geht Ich mach nur noch Dieses Level Würde ich sagen Dann im nächsten Part Machen wir wahrscheinlich Es sogar komplett Finale der Story Also Fürs Erste Warm genug heißt es Ernsthaft Okay Oh Was ist das Level Achso lol Ich hab ihn erwischt Achso Oh Fürs Erste läuft es gut Okay Ich hatte keine andere Wahl Es ist so zu machen Ah ne Mal sehen Ah Okay Okay Das heißt Ich müsste es da irgendwie planen Allerdings Wie Hm Okay Durchgeschafft War Meiner Meinung nach Unerwartet Okay Ich muss es so machen Irgendwo ist der letzte Starcoin Irgendwo Oh Kann sogar sein Das Warten Hm Ich gehe mal weiter Ich gehe weiter In den Tod Das meine ich Ich gehe weiter In den Tod Ich Ich verstehe nicht Wirklich halt Also Wo jetzt da bitte Äh Der letzte Starcoin ist Vielleicht kann ich Yes Sehr gut Okay Zum Glück war er direkt In der perfekten Stelle Oh Gott Okay Besser Als Äh Nur weil ich den Koopa In meinen Händen hatte Okay Ähm Wir werden mal sehen Ob Ähm Ich glaube ich mache nur noch diesen Versuch Dann muss ich wahrscheinlich leider beenden So Kann sein Sicher ist es nicht Okay Ich warte noch Ich warte noch Ich mache ein paar Versuche Okay Und äh Dann Also vielleicht noch zwei Personen Wurde ich schon fast sagen Ich meine Versuche Und dann Muss ich leider Den Part so beenden Wegen Akku Da merkt man Dass Nokia Eindeutig besser ist Aber Diese ganz alten Meine ich Nicht Smartphones Falls sie überhaupt noch Smartphones haben Oh genau Sind hier Items Nein Schade Aber da müsste einer sein Ich kann hier rauf Okay Ich könnte was herausfinden Werde ich gleich sehen Ne Okay Ich war doch auf dem drauf Na schön Ich habe keine andere Wahl Ich beende den Part Äh Trotzdem Hoffentlich Hat es euch trotzdem gefallen Lasst dann bitte ein Like Oder was weiß ich Das war jetzt schon merkwürdig Mit dem Akku Äh Wir sehen uns beim nächsten Part Bevor noch Akku leer ist Äh Bis dann Leute propose Oui Bis dann An Do Es Musik 2 2 B E S disaster